ja so hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's play Raider Redemption ja im letzten Part haben wir noch schnell ein Pferd zu gritten haben dann neue Utensilien freigeschalten in den Shops wollt uns das mal angucken und dies ist mir scheißegal was du willst ach das haben wir schon mal gemacht der will uns nur irgendwie das mit einer Postkutsche überfallen ja hat er schon Feierabend gemacht oder das? was er kackt ne ja hey wir müssen Wursen, der zur Feierabend um 6,3 für 6 Uhr noch der Feierabend ja rennen Müll um aber hier geht jetzt ja grad gar nichts mehr in der Stadt vielleicht weil ich in der Mission jetzt dazu zu sagen drin bin ja okay komm ich lauf zu dem und hör mir sein Angebot an von weiter dazu auch ex aus der Stadt raus muss ich will den Job nicht annehmen oder? hm, ne ich will ihn nicht annehmen was soll denn dieses Brech jetzt halt ab also ist der Laden wieder da ach der hat vielleicht mal ein paar auswählen macht ja und die Mission ist abbrauchen das passt ja mit Ladenbesitzerreden und hat er nicht so Munition wow ist ja gar nichts neues da oder? das Gold ist wegen so viel wird immer besser ja das war unser das war unser erstes das war unser erstes das war unser erstes was ja 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 also was machen wir jetzt? ja jetzt sammeln oder so also spreißen wir noch dies Corona aus Feri noch da hinten ist es hey dieses Klatschmo und wenn diese Kackmissionen jetzt nicht endlich weg geht geht's nicht nein, keine Sorge ich bin jetzt mit dir hau ab ich bin hier urgarisches Halbblut Pferd bist du jetzt brauchst du auch nicht mehr holen ja stimmt eigentlich echt nicht nein da ist es doch aber gut dann brauchen wir unser Comfortable Camp was uns jetzt halt natürlich nichts bringt weil ich keinen Wegpunkt gesetzt habe ups super ja entschuldige haha oder können wir zum Zielort reisen und dann da dies Corona auswählen ne da gehen leider bloß Städte schlecht verkauft ja ich weiß dies Corona war hier in und oben da gut Kemp das alte ist noch nicht mal abbaut und wir bauen gleich wieder Neues drüber ich habe auch nicht mehr zu viel aufbauen hei stimmt nach dem Wegpunkt reisen bin ich mal gespannt ob das was bringt dort die Karte oder ob man nur Dreck finden was sonst eigentlich relativ am Popo vorbeigehen könnte hm weiß ich auch nicht ja ist klar Klatschmo nicht viel geschlagen ey auf mal wieder wie viel mal ich glaube erste Mal überlebenskünste 20 Minuten okay auf der Karte zeigt das ist es an ja aber ich kann ja hinlaufen und das anschauen Feigenkaktus fliegt man halt einfach mal kostet nix und es hat aber jetzt 20 Minuten Zeit um das ganze Zeug zu finden und es zeigt es halt früher an aber hier ist echt relativ einöde da wächst da wächst echt Null mit der Ruhe bitte ne ne also hier wächst halt Null das ist ja echt Hammer weißt was von ich muss mich ausruhen Feigen denn das ist das Zeug doch ok gut dann in welche Richtung reiten wir mal gehts halt hier rein in die Richtung rein oder in die Richtung ne gut ich kann bis hier hin da hinten war was rechts ist auch noch äh links ist auch noch was da ist auch aber doch auch schon ein paar jährlich kommen Schmetterlingskraut also so klein und orange sind die so schön aus schöne Blumen da war ich schnell ja das ist ja so kack Kojoten so ich habe die falsche Waffe draußen ok so kommt man wieder zu nix zu Null und Nulllinge der oben ist geile Aussichtspunkt mhm da es hilft dir jetzt aber leider nix ne wo ist das Viech hier muss doch irgend drin liegen da jetzt weißt du dass der hier so mich wunderts warum manchmal eine Animation kommt und manchmal nicht so was dass der die aufschlitz genauso wie beim Plündern dass er sie wirklich plündert aber manchmal ist ja auch nix ja wenn er nicht aufschlitz ist immer nicht das sind nicht Blut wir sind so auch so wo ich jetzt aber ja war das immer hm mit dem scheiß Ding ich glaub das wächst bloß wenn wenn mehr Grünzeug außen rum ist komm auf jetzt aber da oben so mhm komm mal da hoch m m der Kölner kann nichts du bist du bist du 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 es war 2 von 6 stück noch m wenn er weiß hier brauchen wir aber nicht heute fällt ich ja heute mal so auf das kommt da halt eiskalt hoch das sollte das war auch immer gut dann reiten uns halt mal ein wenig hier so entlang und da waren wir auch aber dass hier so wenig wächst sonst da sechs immer 5000 Sachen an da waren wir schon mal da ist dieses Salbei-Ding da der Wüsten-Salbei genau das darf ich doch ne ja war jetzt genau nicht weiter ich tue mir lieber ne ich geh Luftlinie da sind wir rein du weinst grad auf dem Weg ja ich will Luftlinie zu dem Ding da haben wir doch schon wieder eins schon wieder eben mit dem Ding ging es eigentlich schneller mit dem was war es genau ja das ging ratz ratz ja das stimmt und jetzt hier nix da schau da oben ja was soll denn da oben fallen da siehst du nicht auf der Karte ja das brauchen wir nicht ne ja das ist doch nix doch da war ein Viech ja das bis du da schießt ist das schon lange davon ist das auch gar ein armer Hundi oder? keine Ahnung das sieht aus wie so ein komischer Hund ne ich kann das Viech nicht mal häuten doch ne was war das ist aber ich habe für mich so ein Abgehöriger der Hund ja das auch Mann und und die sie die Hunde felsen so war es gelesen auch ich bin gar nicht wenn du es sagst dass die Chinesen kein Hund ist ja weil die ist doch Chinesen wir scheinen mich halt ab ja und so und meine Katzen nein alles ekelig ist hat sich Tiefen dass sie sich so will nicht komplett alles in die Klinik damit kann ich für die Allgemeinde auch und begrenzt dann geht es aber nicht und so ein paar mal mehr so wistenzweiter was ein paar Mal im Januar wahrscheinlich weil es so ein Aufwand ist oder so ein Viech zu heuten absolut abartig ist wahrscheinlich keine Ahnung ich glaube ich hab mal gehört dass sie keine Katzen essen weil das der Aufwand nicht wert ist ja die hat gesagt das ist um das ist nur noch ganz wenige machen wenn er nur zu ganz besonderen Anlässen irgendwie es macht das mag schon sein keine Ahnung auch immer wieder Stimmt wir gehen da wieder so ein Scheißdreck ey das kann nicht sein dass es das so selten gibt aber paar haben wir ja immerhin schon da rechts oben hast das war nicht weißt du gar noch nicht doch guck ja und ich bin halt damit langsamer ich weiß nix 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 naja da ist auch was ist das denn geistbrück geistbrück vor allem oder wie heißen denn die geistbrück heißen sie doch geistbrück da gibt es ja nicht ordentliche zu plötzlich jetzt hat plötzlich und man überhaupt erkennt wir auf der Karte auf der Karte sehe ich es doch ja aber da weißt du nicht ob es das ist ja das stimmt aber ich kann mich ja davor hinstellen vor das Zeichen dann da ist hat er auf geht du bist so gut es müsste sozusagen gewesen sein oder nein bestimmt noch nicht Stülperein zu sein 2 3 3 3 4 4 was geht ja ja ich kann die animatoren irgendwie langsam nicht mehr sehen von wie das erzutritt hat er recht oh man macht nix was ist das für Zeug für Viecher Ziegen oder was Gasböck ne aber Geistböck was auch nicht ok dann schauen wir uns gleich auf was wir noch machen müssen 10 Büschel was Kolibris Salbei in und um tall trees wo ist das was ist das tall trees oder soll es vielleicht einfach heißen um große Bäume warte schau du mal bitte in der Karte nach hier drin ich hab doch eh keine Ahnung du musst halt einfach nur warte mal ich hab noch was gesehen ne doch falsch verguckt auf der hier genau auf diese Karte die da da oben ist toll toll ja aber da kommen wir noch nicht hin ne super da das hier das wir sind ja hier ist gesperrt gut gut dann schau halt was wir noch so machen könnten ne Wölfe wo könnte es Wölfe geben Wölfe gibt es da oder schaut nach einem Wolf aus ich weiß es nicht aber warte wir sind hier da gibt es auch Wölfe da unten aber das sind aber das sind das Koyoten nein schaut mal nach einem Wolf aus wo jetzt warte mal da rechts wen rechts wen rechts wen rechts schau halt da vergleicht es halt einmal achso und der El Matadoro 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 manche hier da müsste doch noch eine andere Karte drin sein wo das mit den Viechern drauf steht glaub ich zumindest oder nein hm komisch da haben wir sie doch Wölfe gibt es ja doch in Perdido ganz oft siehst du da hab ich es dir auch gesagt stimmt ja in Perdido gibt es es ja also ich hier ja Perdido wo war Perdido und da gibt es auch siehst du stimmt da oben wo die Pferde hier gibt es auch ganz oft ja schau ich bin doch gar nicht so dumm hab ich nie behauptet ja ja gut dann schauen wir mal wir können ja theoretisch so machen wenn wir viele Wölfe sehen jetzt versuchen die zu töten alle bis auf einen und den dann mit dem Messer ja 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 Kolibri da ja das werden wir wahrscheinlich eh eh nicht finden was für den Kolibri Salbei was was ist Kolibri Kolibri die Werte Luise gefunden also gerettet haben heißt schon weiß ich ja wahlala hallo getötet getötet das 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 ja und wenn er ganz eng ist und kurvig ist dann kann ich hier das schaue der stoffen ich rede auch von normalen Tunneln und nicht so die nicht gut wie gar nicht gibt genauer der Schmerz jetzt ein Schweizer Zuschauer der hat sich auch was denken ja ja aber da fehlt mir normalerweise auch nicht also ja stimmt ja und so aber das könnte das der Ding sein der Berg das ist nicht schau mal nochmal auf die Schatzkarte kurz falls er es aber noch rausbringt ja ne definitiv nicht aber 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 finden wir hinten Wölfe erstmal ja Linchester ja das ist ja scheiße ich bin hier schon ja wo sind denn wir gerade wir sind gerade hier guck rechts oben auch bei den Pferden die zeigt es bei mir da nicht an achso da da sind wir ganz außen bei Torch irgendwas ah ok Torchkmata ok so aber hier sieht es irgendwie nicht sonderlich nach Wölfen aus langweilig ich will Wölfe finden das ist doch so das ist doch auch gar nicht die Umgebung für Wölfe oder das hier so eine ewig große Steffel was geht bei euch was geht bei euch so Pferdys aus der Hand einig ja lasst ihn halt mal schlafen oder ich will doch nur mal um ihn rumgritten wow Gott da sind 500 Wölfe wo wo dass und ja ja schauen nix was weil die anderen laufen jetzt davon ja mein Pferd läuft nicht mehr Klasse, wo ist der jetzt ein Timkspreiser? Keine Ahnung, der geht jetzt Freunde suchen. Weiß was. Weiß so. Komm mal an, der hat Angst vor dir. Ey, so eine Pfeife. Das ist nicht für einen Wolf. Schlecht. Jetzt, ich komm nicht an den Rahmen. Das ist ja noch ein Babywolf, oder? Der ist so klein, aber da sind wieder viele, Schatz. Naja, du nimmst halt den. Ja, das ging jetzt aber schnell. Sau cool. Ja, vielleicht brauchen die auch nur einen. Da muss ich sie gescheit erwischt. Mhm, das finde ich gut. Da haben wir jetzt schon einen von fünf Wölfen hier. Naja. Kann wahrscheinlich noch ewig dauern. Vielleicht ist es auch gar nicht so schwer. Und ich hab sie bloß vorhin einfach nicht richtig erwischt. Gut, du kannst hier halt auch nicht umgucken irgendwie, weil du... Ich schaue dir alles gleich auf. Aber... Hey, Rabbids. Hier ist Rabbids. 3 Rabbids. Naja, gut. Da hoch müsste der gelaufen sein, oder? Mhm. No, scheinbar nicht. Okay, der ist weg. Gut. Pferd, da bist du. Ach, bist du schon wieder da, Pferd. Perfekt. Ach, wir sollten jetzt aber trotzdem mit dir... Ja. Sind aber keine Wölfe, oder? Okay, dann. Kojoten. Ich bin nicht mit dem Kleinen. Ich reize lieber einfach über den Haufen. Wo haben wir die getötet? Da unten, gell? Weil das Feld, das könnte ich ja trotzdem brauchen. Da, da. Ja, da. So. Hey, packt der Messer aus. Und der ist ja bretthalbmängig. Und der ist ja bretthalbmängig. Und langt mich so an, so zu. Hast du schon mal erwischt? Hör einmal. Ja, hei, hei, hei. Das ist der noch. Ist der fast schon so wie ich? Ich muss den von der Seite. Witzballt. Ist er doch droht. Ich dachte, der kommt nochmal da. Oh, da sind viele. Oh, schnell. Oh, dann schießt. Oh, dann schießt ihr. Scheiße, ja gut. Gegen so viele, da hast du ja null Chancen. Ein Schießding hab ich zu. Ein Schießgewehr? Ja. Ja, super. Aber gut, es klappt an sich. Jetzt haben wir schon zwei Stück. Ja, aber geh heute, da sind eine. Aber jetzt macht ihr nichts. Ist ja, wo steh ich? Die Fälle kann ich ja auch anders sammeln. Na ja, gut. Nimm mir die Ruhe. Wie liegt man eigentlich so in der Zeit? Ich hab die Zeit jetzt ganz aus den Augen verloren. 20. Okay. Äh, wo sind wir jetzt halt? Lass mich raus. Jetzt in meinem Haus. Na super. Haus am See. Kein gut hin. Was bleib weg von mir, du hohen Sohn. Wie lange schon ich weiß, dass sie kein Mann zeigen kann. Scheiße. Alles klar. Was ist denn? Ja gut. Dann müssen wir jetzt halt aber erst mal trotzdem. Was ist das da? Eva ist in Gefahr. Oh, die arme Eva. Was ist das? Klatschmohr, oder? Yeah. Ist ja nicht erst schelgeschlagen, oder? Es kann sein, dass wir jetzt hier noch nachdem wir die Luchse, ähm, das sind wir gestorben und dass das vielleicht deswegen irgendwie nicht angenommen hat, oder so. Gut möglich. Und deswegen passt es auch mit dem Klatschmohr nicht, dass der immer wieder da ist, obwohl wir, ja, das eigentlich schon lange gemacht haben. Weil wir da immer dann sterben. Mhm. Und dann hat es nicht speichert. Das kann passieren. Aha. Aber wir müssen uns, glaube ich, erst mal dahinter. Und zwar mit einem schnellen Camp, oder einem komfortablen bisschen. Ja, ja. Gott. Gott. Noch mal ein wenig hin, bitte. Jetzt muss ich noch einmal. Ja, fortfahren. Und ich wollte nicht unbedingt die Animation anhalten. Warum? Wie für ein Standbild. Genau. Noch zur Folge mit 30 Minuten Standbild. Ja, 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 auf jeden Fall. Wie wäre es? Wie wäre es? Level 30 ist halt erst. Ja, du bist ja langfängig. Ja, du hast 0 von 5 Wölfen erlegt. Weil du tot warst. Ist das jetzt eine Scheiße? Ja. Ja, gut. Da wäre auf jeden Fall wieder welche. Ja, aber viele. Okay, zu viele. Ja, super. Voll verschreckt, die Viecher. Ja, kein Wunder. Ich wäre da auch verschreckt, wenn er auf meine Freunde schießen würde. Sind eh Kojoten gewesen. Die Kojoten laufen immer davon. Kann das sein, dass die Wölfen nicht so oft davonlaufen wie die Kojoten? Ja, die Wölfen greifen ja an wie die Blöden. Ja, die Kojoten, die laufen immer weg. Mhm. Die sind schreckhaft. Der in der Pferd, oder? Ja. Ist das unser? Nein, weil das hat kein Sattel. Ja, stimmt. Schon gut aufgepasst. Ja gut, wenn die nicht zu uns kommen wollen. Ich sehe es jetzt irgendwie auch nicht, eines da ewig zu machen. Wenn wir halt mal zufällig einem Wolf oder ein paar Wölfen begegnen sollten, dann machen wir das. Dann töten wir halt immer ein wenig alle, bis auf einen. Und den töten wir dann mit dem Messer. Und ich würde sagen, wir machen jetzt eine Stelle in den Break. Im nächsten Part werden wir uns mal wieder ein wenig um Hauptmissionen kümmern. Ja, ist die Idee. Genau, dass wir auch mal zu was kommen. Welche, das suchen wir uns auch aus. Entweder DeSanta oder Raze, oder? Ja. Ja, gut. Wir danken euch auf jeden Fall jetzt fürs Zusehen. Ich wünsche euch wie immer einen schönen Tag. Macht's gut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von... Let's play Red Dead Redemption.